hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play abenteuer auf dem reiterhof 2 ich habe euch ganz schön lange warten lassen mit dieser folge aber es geht endlich weiter in die ja eigentlich letzte folge ich kann es gar nicht glauben dass es vorbei ist und wir fliegen jetzt direkt zum weltcup und schauen mal wie gut wir sind das ist jetzt das finale ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt weil naja ja nicht mehr trainiert aber wir sind ja gut also wir können das ja alles okay wir haben keine ahnung wie viele hindernisse das zeigte ans gleiches an wir sind in der richtig coolen halle 13 hindernisse das geht ja ich habe echt angst hier einen fehler zu machen wobei garance ist ja die beste im team also es ist ja fast egal ob wir dann auch gut sind oder nicht natürlich nicht aber ein bisschen mühe sollten wir uns natürlich schon geben okay nicht dagegen das wäre schlecht bei manchen spielen zählt das ja als verweigerung wenn man aus versehen gegen ein anderes hindernis gegenläuft und das möchte ich jetzt hier nicht unbedingt riskieren okay da hätte ich auch innen lang laufen können aber egal das wird ein bisschen enger hier noch zwei hindernisse sollten wir doch jetzt schaffen oder das ist das letzte ich glaube wir machen das sogar gar nicht mal schlecht ich hoffe wir waren jetzt auch nicht zu langsam na oh wir sind erst da okay gut hier kommt eine ernst zu nehmende konkurrentin die eine großartige saison hier bin ich jetzt ja wirklich gespannt das sind das ist das schon mal neu wir können jetzt durchziehen ne moment ist hier ein hindernis nein gut ich dachte gerade schon dass wir jetzt noch zu sehen rechts und vorbeilaufen hier wollen wir drüber das sieht total schön aus hier ein kleines teich und nicht so komisch verwinkelt wie das letzte turnier in afrika das war ja schon ein bisschen wild wir können wir sogar richtig gut abkürzen das ist ja der wahnsinn ich glaube ich muss aber trotzdem ein bisschen aufpassen damit nämlich genau so was man nicht überrascht nach einer ecke das ist nicht sehen das war okay war zwei hintereinander nein was tue ich denn ich bin noch zu sehen drauf gekommen bin ich blind oder ist hier einfach tatsächlich keins okay das ist das nächste da können wir noch rekordzeit hier aufstellen oder also im finale finde ich das hier echt leicht muss ich gestehen und das sind nur 19 hindernis überleg mal bei bei dem afrika turnier hatten wir 32 ist ja schon heftiger unterschied das nächste da ich hoffe dieses phänomenale pferd gewinnt dann auch das wäre der hit hey noch fünf hindernisse ich mag auch die opsela nicht gegen die wand bitte ich mag auch die aufteilung total gerne also so ja den turnierplatz hier was meinte ich er sieht richtig schön aus nein das fährt kippt wieder um also ja das ist das zebra aber warum hallo lehne ich bitte wieder in die mitte ok gut ich dachte schon das bleibt jetzt so weil das lenkt sich total merkwürdig wenn das so nach rechts gekippt ist und unsere ausdauer ist einfach der wahnsinn ok cool das war richtig schnell wir waren übel schnell das ist doch ein easy win hier sind jetzt meister haben wir jetzt ist das spiel jetzt fertig wir haben einfach gewonnen wie cool und noch ein pferd okay die farbe ketscht mich die auch in die auch auch man ja sieht ein bisschen ähnlich aus wie der andere parlor seitdem wir zur verfügung gestellt bekommen hätten auch mit so merkwürdigen bein aber klarer irgendwie das andere war so verwaschen ich mag ja die schecken ich finde den grauen halt auch einfach super schick und alle haben eine mene ach komm es wird der graue ich finde einfach so schön so ich finde das was war das denn das passt wie habe ich denn jetzt das karo gerade gemacht das war ja wild ich speicher lieber einmal nicht dass unser gewinnfortschritt hier verloren geht und dann wollen wir mal sehen was jetzt überhaupt noch auf uns zukommt hier weil anscheinend ist ja doch noch nicht vorbei ne na lucy hast du christobald gesehen ich weiß dass er beim wettkampf nicht besonders gut war aber wir haben gewonnen und das muss gefeiert werden ähm ne gesehen haben wir nicht das ist ja wie doof bravo lucy das war fantastisch wir müssen christobald holen und den erfolg richtig feiern steckt ich hoffe dass ihm nichts passiert ist ist ja schon irgendwie ein bisschen doof von ihm das jetzt nicht dabei ist wir wollen jetzt hier eine party feiern und irgendwie ja was machen wir jetzt wenn wir ihn doch mal suchen vielleicht oben war doch noch ein zimmer was wir noch gar nicht betreten konnten bisher vielleicht ist er da drin erst mal überhaupt in alle zimmer schauen vielleicht versteckt er sich ja irgendwo nur weil er nicht so gut war heißt ja nicht dass er nicht dabei sein darf wenn wir feiern oder was macht sie hier wir haben uns gut geschlagen ich kann verstehen dass christobald sich nicht blicken lässt seine leistung war miserabel naja sie ist so freundlich wie eh und je hier ist also nicht ja hier können wir nicht rein und da auch nicht okay gut dann schauen wir doch einfach mal im stall oder auf dem hof denn werden ja schon mal versucht glaube ich also geguckt ob man hier noch irgendwann kann aber kein christobald in sicht ja gut dann einmal hier im blick reinwerfen ich sehe schon wir werden wieder aushalten müssen habe ich ja auch nichts gegen aber hier ist er wohl nicht dann nehmen wir uns doch einfach mal unser neues pferd ist es hier hinten links jetzt ja guten tag ach mensch das pferdeputzen habe ich ja schon richtig vermisst fast es ist ja schon ewig her also nicht nur für euch sondern für mich auch ich meine beim letzten mal haben wir es halt einfach dann übersprungen zum ende hin weil es irgendwie echt ein bisschen hier wurde also drei tage hintereinander nur pferde fliegen aber ja gut so ist das eben in diesem spiel hier hat man dann eben einfach acht pferde um die man sich kümmern soll wobei man zum glück mit regis und erklär nicht so viel machen muss okay den pferden geht es natürlich auch entsprechend nicht so toll okay haben wir nicht gesehen ja wir reiten jetzt einfach mal los und schauen wo der christowelt rumhängt jetzt hat die frage wo also ich glaube nicht dass er beim tierarzt sein wird und auf einem der reit kurs wahrscheinlich auch nicht oder oder beim leuchtturm beim leuchtturm wäre schon das können ja doch wir gucken doch einfach nur beim leuchtturm nach irgendwie habe ich so ein bisschen das gefühl dass wir dazu selten waren müsst ihr wir haben nur einmal den nachtreiter dahin verfolgt glaube nicht dass der leuchtturm nur dafür da ist wieder die wilde brücke hier habe ich auch nicht vermisst es ist aber noch schade dass man hier die gamaschenfarbe nicht auswählen kann zebra gamaschen werden doch jetzt der hit und das pferd hat eh schon so zebrastreifen auf den beinen das hätte voll gefasst oh das war sogar noch offen ok oder wieder wer weiß da hier rammelt auch kein rüstobald rum oben vielleicht die schöne aussicht hallo dann halt nicht ich muss mal ins spiel sound hier nebenbei leiser machen ja dieses huf geräusch ist so laut auf den ohren ja wo können wir noch gucken am strand vielleicht sonnt er sicher im nebel oder so erhält noch mal eine möglichkeit da zu schauen ich meine letztendlich so an ausreitgebieten ich glaube nicht dass wir auf irgendeinem der springparkurs suchen müssen ich glaube das ist irgendwie ein bisschen quatsch ausreiten biete in dem sende gibt es halt den hallo den tierarzt den leuchtturm und den strand also er wird schon so oft beim tierarzt waren und zweimal beim leuchtturm wählen wir doch jetzt einfach mal den strand wenn er da nicht ist können wir immer noch die ganzen parcours einmal durchreiten kein karamell unterwegs das ist schon mal ein gutes zeichen aber auch kein christobald eigentlich oh hier gab es ja noch das mhm das strandhaus ich erinnere mich dunkel ich glaube hier geht es doch es ist grün wir können hier rein okay ist er hier und ist ein brief bist du aha christobald die schlange war ein leidenschaftlicher spieler die antwort auf deine fragen findet sich sicherlich in den karten achte auf alle hinweise die du auf den karten finden kannst dein vater okay also ihr habt das glück ihr könnt einfach noch mal kurz in die letzte folge reinspringen oder die letzten folgen aber in der letzten folge waren wir auch im leuchtturm und dort so ein bisschen noch mal revue passieren lassen was wir überhaupt schon alles entdeckt haben aber ja ich ahne wo es hinführt ist noch ein brief christobald mein verbindungsmann hat mir gesagt dass die schlange den reiterhof sehr gut kannte sich aber im leuchtturm versteckt hielt aha da haben wir es doch vielleicht solltest du dort einmal nachsehen es ist jedoch wenig wahrscheinlich dass seine beute dort ist ich würde auf den reiterhof wetten doch solange diese verrückten dort herumlaufen haben wir keine chance dein vater er hat uns verrückt genannt wie unfair aber gut das heißt christobald ist hinter dem schatz her das erklärt doch warum er jetzt einfach gerade gar nicht da ist okay okay oh nein jetzt sind wir hier drin und er kommt auch nee ich konnte nichts tun lucy hat überall herumgeschnüffelt ich konnte also nichts entdecken ich habe zwei alte bücher mit einem code gefunden den ich aber nicht verstehe ich muss jetzt verschwinden ich glaube sie ahnen etwas hallo akiko hier ist lucy ich bin bei christo er ist unser landstreicher er erzählte etwas von büchern und einem code sehr merkwürdig ich sage es matthieu was hast du jetzt vor oh mann okay also bücher ein code karten christobald ein schatz die schlange der leuchtturm der reiterhof jetzt müssen wir nur noch ausfinden wie das zusammenpasst wahrscheinlich ja okay was stand hier nochmal ich war ein leidenschaftlicher spieler die antwort auf deine fragen findet sich sicherlich in den karten achte auf alle hinweise die du auf den karten finden kannst gibt es hier noch was also christobald ist scheinbar so mehr oder weniger auf der flucht vor uns er hat gecheckt dass wir was ahnen hm oh ein computer neue infos für unsere pferdepflege das ist genau das was wir jetzt brauchen noch ein buch ok und hier stand noch was mit den er hat was von den büchern erzählt bücher ein code und die karten hallo ihr karten alles klar ok wir haben karten mit namen und zeichen wie auf unserem glücksrad im gemeinschaftsraum auf dem reiterhof ok charles charles haben wir doch hier liegen ok wir sollen auf alle hinweise achten das ähm heißt hier zum beispiel steht charles 2 und 4 ok wow ich glaube wir gehen erstmal zurück zum reiterhof kann ja bestimmt nochmal herkommen und schauen mal was die anderen zu sagen haben weil was wir jetzt damit anfangen sollen ja keine ahnung dann flitzen wir mal ganz schnell zurück zum stall ich kann mir halt vorstellen dass es mit all diesen ganzen büchern zu tun hat also wie er das gesagt hat im telefon und dass wir die bestimmt nochmal alle finden müssen die es so gibt im ganzen spiel hm und dann irgendwas mit den karten wir finden es raus also wir mal schnell zurück in den gemeinschaftsraum ja jetzt auf jeden fall nicht mehr so eilig so was habt ihr zu sagen bestimmt hat das rad etwas mit dem schatz zu tun ok gut gemacht lucy die polizei hat krestobald verhaftet er hat alles zugegeben außerdem sprach er von einem schatz der der hier auf dem reiterhof versteckt sein soll ok also krestobald ist nicht die schlange aber er sucht den schatz von der schlange oder hat ihn gesucht jetzt ist er verhaftet die schlange hat den reiter den schatz auf dem reiterhof versteckt scheinbar den versuchen wir jetzt zu finden mit den karten und den büchern und einem code stell dir das mal vor lucy ein schatz ich frage mich ob das wahr sein kann und lucy sagt das rad hat etwas mit dem schatz zu tun das da es muss eine art code es muss eine art code sein mit der linken und rechten pfeiltasten kann ich das rad drehen mit der aufwärts pfeiltaste bestätige ich das feld und mit der abwärts pfeiltaste lösche ich es zum verlassen muss ich die leiter zu drücken ok also ja oh mein gott ich erinnere mich also wir müssen wir können hier so die dinge auswählen die wir brauchen und am ende muss es ein code sein wir können maximal sieben dinge auswählen das ist der code siebenstellig oder kann ich zählen ich muss aber gucken eins zwei drei vier fünf sechs sieben was anderes können wir nicht zuwählen also es sind echt sieben stellen also müssen wir jetzt einen siebenstelligen code rausfinden wunderbärchen mit büchern und karten und überhaupt ok das war auf jeden fall schon mal nicht der richtige code scheinbar das heißt wir schnappen uns jetzt ein pferd und gehen uns nochmal die karten angucken das ist ja wild ok also karten bücher wo haben wir denn überall bücher gefunden gehabt wir haben ich glaube bei akiko war eins bei garance müsste auch eins gewesen sein und sonst waren im haus glaube ich keine bücher mehr ja in dieser sattel oder in diesem büro hier neben dem stall auch nicht aber in dem strandhaus waren zwei moment wie viele haben wir jetzt morons zimmer akikos zimmer strandhaus sind insgesamt vier beim tierarzt war da auch noch eins ja oder ich meine ja fünf und dann noch beim leuchtturm unten eins sechs mehr orte gibt es ja aber auch eigentlich nicht na gut dann gehen wir einfach mal schauen sechs bücher wenn es nur sechs bücher gibt müssen wir vielleicht mit den büchern sieben stellen rausfinden mit den sechs stück es müsste ja eigentlich noch eins mehr geben also der code ist auf jeden fall siebenstellig so mehr kann man nicht eingeben oder vielleicht ist er dreistellig aber das ergibt irgendwie nicht so viel sinn denn so viele karten so viele bücher und sowas vorhanden sind ich glaube dann müsste man ja ewig viele kombinationen testen nehmen wir doch noch mal hier rein und schauen mal jetzt kann christowelt uns jetzt auch nicht mehr überraschen der ist ja in polizei gewahrsam schauen was hier steht ne ok da war nichts mehr ok dann noch einmal auf das buch schauen einfach einmal eine idee kriegen charles und die leidenschaft eines lebens 2.4 warum nicht 24 warum 2.4 wo war denn charles was charles charles könig herz und charles 2.4 und was steht auf dem hier leben und sterben alexander des großen 1.7 nicht 17 sondern 1.7 ist auf jeden fall überall punkte drauf das ist mir beim letzten oder in den letzten folgen schon aufgefallen dass überall diese punkte auch reingeritzt sind alexander 1.7 wo ist der alexander judith alexander könig kreuz und 1.7 weil die zahlen und die zeichendinger haben nichts miteinander zu tun es gibt vier farben also herz bube karo pik und nicht sieben ok wow ich glaube ich schreibe einfach die ich schreibe einfach auf was auf diesen karten steht so alle ähm alle namen und farben und dann zusätzlich alle sachen auf den büchern und dann sollten wir es doch rauskriegen oder ich glaube an uns also wir haben hier rachel dame äh karo dann haben wir lahire spricht man das so aus bestimmt oder ube herz dann haben wir palace den namen habe ich aber noch nie gelesen vorher im spiel dame pik hm david ich glaube david hatten wir doch oder david war bestimmt irgendwo könig und pik judith dame herz dann haben wir alexander doch kreuz könig alex könig und das kreuz und gub ja dann charles herz könig oder könig herz wie auch immer was spricht man zu erz das die farbe oder den namen kreuz könig herz oder herz könig jetzt könig oder egal hauptsache steht hier agine den namen hatten wir auch noch nicht im spiel oder agine dame und kreuz und hektor ube 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 kreuz ube dame könig so nicht dass ich durcheinander komme mit meinen buchstaben hier ich habe mir einfach ja buchstabe und symbol aufgemalt caesar ube 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 h ube dame k ube n sube app ube man zwei karten für eine stelle benötigt weil dann müssten es 14 karten sein diese logik also glaube ich tatsächlich dass ein paar übrig sind weil manche namen kennen wir auch gar nicht ne also haben wir charles 24 schreibe ich jetzt einfach mal dahinter dann gehen wir jetzt mal auf wilde bücher suche ich erinnere mich nicht mal ob ich damals als kind dieses rätsel gelöst habe ob und wenn als ich es gelöst haben sollte wie keine ahnung alexander 1.7 aufgeschrieben und weiter geht's halten wir noch mal zum deutschturm aber auf jeden fall eins da bin ich mir sehr sicher ja also ich weiß nicht wie das spiel ausgeht dachte ehrlich gesagt dass es einfach nach dem turnier vorbei ist und dann habe ich mich jetzt so ein bisschen dunkel daran erinnert mit diesem glücksrad und so aber ich weiß dass ich da ewig lange drüber gebrütet habe mein vater musste mir sogar dabei helfen ich weiß nicht ob wir es damals rausgekriegt haben möglicherweise ja naja wir werden sehen nicht so schnell ok los hier auf zur wilden brücke das pferd hat aber eine ausdauer die ist nicht schlecht wobei eigentlich doch schon besser als von tempete am anfang oder ich weiß übrigens immer noch nicht wie man tempete richtig ausspricht also verzeiht mir das bitte weiter bitte dankeschön aber nichts schlägt unser rennzebra das ist einfach das beste am regis oder zum super zebra wandelt hier waren ja die zeitungsberichte mit der schlange sie hat eine vignette entwendet aber was eine vignette ist wissen wir immer noch nicht wir sehen hier halt schmuck und eine brosche unten scheinbar ist eine vignette schmuck aber was genau also auto sticker wird sie auf jeden fall nicht geklaut haben habe ich mir sicher da steht nichts weiter drauf nur noch auf dem buch hier rachel 3.9 wo ist die denn dame caro war das 3.9 ihr seid übrigens herzlich eingeladen mit zu rätseln also am ende muss ich hier alleine hinkriegen aber vielleicht seid ihr einfach in gedanken bei mir dieses schild hatte doch auch noch was hier judith 14 aber das kein punkt ich glaube das gleiche bedeuten wahrscheinlich judith steht die denn da hier und 10 okay wenn wir sie zahlen 3 9 4 10 1 7 und 2 4 also sind auf jeden fall unterschiedliche zahlen also halt wirklich nicht 17 oder 24 was uns wäre das von eben 410 und das macht irgendwie keinen sinn ja okay wo müssen wir hin zum tierarzt und dann noch mal die bücher in den zimmern angucken okay also wenn das ich habe jetzt noch mal im kopf gerechnet und es sind ja dann doch sieben mit dem schild nämlich zusammen das hatten wir nämlich vorher gar nicht auf dem schirm also haben wir doch sieben bücher wenn das stimmt dass beim tierarzt 1 liegt also nein sechs bücher und ein schild so okay siebenstelliger code willkommen den ganzen leer ich spüre das und unser pferd gibt schon wieder nach rechts links jetzt nicht mehr nicht in den steinen dann ja und das fett gibt schon wieder zur seite muss nicht danke ja wir haben ja schon die das gesamte let's play von amt auf dem reiter auf 1 abgeschlossen und mit dieser folge hier dann auch amt auf dem reiter auf 2 das heißt wir fangen bald amt auf dem reiter auf drei an und ich bin richtig richtig gespannt weil ich erinnere mich auch so gar nicht mehr an das spiel david und goliath seht ihr hier war ein buch 15 aber goliath haben wir nicht aber ich glaube es geht um den namen david den haben wir nämlich auf den karten okay das hatte ich doch richtig in erinnerung aber hier war glaube ich nur diese cd oder so oder ja okay wenn wir hier durch und wieder auf zurück nach hause fünff und zehn nicht fünfhundertzehn richtig oh leute ich habe keine lust dass wir jetzt dann drei stunden daran sitzen die ganze zeit irgendeinen falschen code eingeben aber wir schaffen das ging das hin ich erinnere mich einfach dass es echt schwer war und ich mich damals gefragt habe wie man das als kind dann lösen soll ich wette es geht uns gleich genauso okay wisst ihr was wir müssten diese box jetzt auch aus für unser neues pferd wäre unfair wenn nicht außerdem brauche ich das mal wieder so sehr schön hofer aus kratzen sind wir gleich auch noch oh gott ich habe meine maus sensitivität so hoch eingestellt dass es hier so richtig schnell alles lang flutscht und schwer zu koordinieren noch mal kurz den ordentlichkeits für mich hier raushängen lassen oh einer zu viel wunderschön das sieht man doch gerne wow okay in der sauberen box sieht das fährt gleich noch viel schöner aus mag die farbe sowas hätte ich auch gerne in echt okay schicki aber wir haben es gar nicht geduscht gab vorhin oder haben wir es geduscht doch wir haben es geduscht verdammt egal aber die sauberkeits anzeige fühlt sich nicht weiter ignorieren wir einfach wird schon richtig sein okay ja dann mal auf was ist eigentlich mit diesem schlüsselkasten hier vorne jetzt wo ich ihn so sehe er kann leider nichts schade ich dachte mir der hatte auch eine funktion irgendwann mal im spiel vielleicht so für diesen verschlossenen raum oben in der oberen etage aber scheinbar nicht okay ja ich hoffe dass das rad etwas mit dem schatz zu tun hat wenn du schon so sagt nein nein bitte bitte rede nicht man kann diese dialoge leider nicht abbrechen das heißt das müsst ihr euch jetzt noch mindestens einmal anhören tada okay wir wollten ja noch nach büchern suchen hast vergessen war schon wieder übereifrig ohne den ganzen code wird das ja hier nichts cesar und der glanz rom 7.7 oder minus ach was auch immer cesar ganz unten 7.7 so der garant war doch auch noch eins oder jetzt zeitung telefonbuch oder doch nicht doch da lanze dort und die ritter der tafelrunde 6.2 na da haben wir es doch okay wo ist denn lanze dort 6.2 wir haben jetzt 1234567 bücher bzw das schild und ich meine das sind auch alle wir waren leuchtturm wir waren beim tierarzt wir waren im strandhaus und hier haben wir alles woanders haben wir nie was gefunden und woanders können wir auch gar nicht rein ich schaue lieber noch mal ins büro einfach nur zur sicherheit aber hier konnte man auch nichts weiter benutzen okay wir gehen jetzt einfach rätseln werden ja merken ob das schon ausreicht oder nicht wenn ich dann gehen wir noch mal los ja okay ein code also wir haben wir haben rachel 3.9 david 5.10 judith 4.10 alex 1.7 charles 2.4 lancelot 6.2 und cesar 7.7 und die ersten zahlen sind eins bis sieben die ersten zahlen heute die ersten zahlen sind eins bis sieben wenn das nicht die reihenfolge ist dann fresse ich ein besen also nach der reihenfolge sortiert haben wir alex dann charles dann rachel judith david lancelot und cesar und die zweite zahlen was kann die denn wir haben die namen aber die bringen uns auf dem ding nichts aber die zeichen und wir haben hier zahlen eins bis zehn ok wow let's try this also wir haben 1.7 alex ist könig kreuz also ist quasi der erste hart kreuz sieben fragezeichen das zweite ist charles mit der nummer vier und dem herz das dritte ist rachel mit der neuen und dem karo das vierte ist judith mit der 10 und dem herz muss den herz 10 da david mit dem peak und der 10 aus peak 10 falsche richtung gedreht aber egal wer andersrum jetzt ein bisschen schneller gegangen aber macht ja nix lancelot hat die 6.2 bube steht ja gar nicht zwei und das kreuz oder so und cese könig pik nee quatsch ist das ein karo 7.7 karo 7 also bis jetzt sieht es ja gut aus oder oh mein gott wow wir haben gerade den schatz gefunden und das ist halt wirklich einfach eine hals kette im kamin glaubt es nicht das ist ja der wahnsinn behalten wir die jetzt oder geben wir die dem museum zurück oder wie ist das das war's ja so viele sachen die wir nicht mehr machen werden aber wir werden abenteuer auf dem reit auf drei spielen und wir werden mit reit academy spielen habe ich so bock drauf und ich hoffe ihr auch also ja danke dass ihr dabei wart bei abenteuer auf dem reit auf zwei und ich hoffe dass ihr auch bei meinem nächsten let's play wieder einschalten werdet bis dahin